... hochinteressanten Begegnung, von der wir uns so einiges erwarten. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, wenn ich hochgucke, der Himmel. Der ist nämlich hier grau in grau. Die Wettervorhersage hat es ja bestätigt, dass hier noch Regen runterkommen soll. Wir hoffen natürlich auf nicht allzu viel Regen. Wir werden gespannt sein, ob von oben was kommt. Hauptsache, es passiert etwas auf dem Platz. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Er versucht's. Goulassi hält den Wahnsinn. Überragende Aktion. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Macht er richtig, dass er da den Mitspieler mit einbindet. Der kommt weit nach vorn. Und weg damit. Der Ball kommt sauber mit den Fäusten dazwischen. Das ist mal eine Balleroberung. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Erstmal Entlastung. Erstmal. Ja, Ball ist draußen. Perfekte Spielübersicht. Der Ball gut verlagert auf rechts. Ball von Kampel. Er schraubt sich hoch. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Der könnte durchkommen. Der könnte durchkommen. pointieren. Kampel. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Er versucht's. Gunassi hält den. Wahnsinn. Überragende Aktion. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Macht er richtig, dass er da den Mitspieler mit einbindet. Der kommt weit nach vorn. Und weg damit. Der Ball kommt sauber mit den Fäusten dazwischen. Das ist mal eine Balleroberung. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Erstmal Entlastung. Erstmal. Der Ball ist draußen. Perfekte Spielübersicht. Der Ball gut verlagert auf rechts. Ball von Kampel. Er schraubt sich hoch. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Der könnte durchkommen. Der könnte durchkommen. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Er versucht's. Goulassi hält den. Wahnsinn. Überragende Aktion. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Macht er richtig, dass er da den Mitspieler mit einbindet. Der kommt weit nach vorn. Und weg damit. Der Ball kommt sauber mit den Fäusten dazwischen. Das ist mal eine Balleroberung. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Erstmal Entlastung. Erstmal. Der Ball ist draußen. Perfekte Spielübersicht. Der Ball gut verlagert auf rechts. Ball von Kampel. Er schraubt sich hoch. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Der könnte durchkommen. Der könnte durchkommen. Er schraubt sich hoch. Er ist da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. gut dass er da mit der faust dazwischen gegangen ist fantastisch was der mit balkan der erste fc heidenheim mit einer guten konter gelegenheit das ist das ende der